Als Schwinger bin ich mir gewann, an den Brunnen zu gehen. Meine Tochter erzählte mir eine Geschichte vom Wunschbrunnen. Dort kann man ein Gauhtal hineinwerfen und sich etwas wünschen. Und heute brauche ich euch genau so eine Wunschbrunne. Ich wünsche mir einen ganz besonderen Berg. Weiter wünsche ich mir eine schöne Landschaft. Ein Schwinger will auch gerne essen und darum wünsche ich mir eine feine Küche. Weiter wünsche ich mir eine Bahn, die das für alle Leute zugänglich macht. Auf einen letzten Wunsch brauche ich deine Hilfe. Nach einer anstrengenden, aber schönen Wanderung auf den Gipfel, möchte ich mich an einem Brunnen erfrischen können. Im Moment muss das Wasseralltag in diesen Kanistern mit den Gondeln hochgeführt werden. In Zukunft werden wir frisches Quellwasser auf dem Stockhorn für alle anbieten. Sei das für Wanderer, Sportler oder für Vierbeiner. Alle freuen sich. Darum hilft auch hier, dieses einmalige Projekt zu unterstützen. Merci vielmals und bis bald auf dem Stockhorn. Wir sehen uns nicht. Wir sehen uns nicht mehr, sondern bis bald auf dem Stockhorn. Das war es so ein komplettes